Willkommen zum neuen Format Newstime, in dem ich auf interessante Neuigkeiten in der Gaming-Branche eingehen werde. Ich möchte dieses Format nutzen, um zu diskutieren und euch über spannende Neuigkeiten zu informieren. Fangen wir direkt mal an. Heute geht es um die Nintendo Switch. Und zwar hat Reggie, der Präsident von Nintendo of America, drei Gründe genannt, weshalb die Switch erfolgreich ist. Oder in Zukunft noch erfolgreich bleiben wird. Und zwar nennt Reggie als ersten Grund, dass die Switch Erfolg hat, dass sie ganz klar gesagt haben, was die Switch eigentlich ist. Eine Heimkonsole, die man überall hin mitnehmen kann. Das war ja ein großes Problem der Wii U, dass die Käufer nicht genau wüssten, was ist die Wii U überhaupt. Ist es ein neues Tablet? Ist es nur ein Controller bei der Präsentation? Da hat Nintendo bei der Switch deutlich besser klären können, was dieses System überhaupt darstellen soll. Wobei viele ja immer noch davon sprechen, dass es eher beworben werden sollte als Handheld, den man eben auch stationär am Fernseher spielen kann. Ein weiterer von Reggie genannter Grund ist der stetige Spielenachschub, der sehr wichtig ist. Meinen Augen ist er extrem wichtig, weil ohne Spielenachschub wird ein System sich nicht gut verkaufen können auf Dauer. Als dritten Grund nennt Reggie, dass der Dritthersteller Support sehr wichtig wäre und der bei der Wii U gefehlt hätte. Aber dass sie jetzt für die Switch alle Dritthersteller eben an Bord hätten und sie Unternehmen wie zum Beispiel EA als großes Unternehmen, als auch kleinere Indie-Entwickler alle bräuchten, damit die Switch auch Erfolg haben könnte und den Erfolg eben beibehält. Da habe ich ein weiteres Zitat eben von EA, da ist es nämlich sehr interessant, dass EA jetzt verkündet hat, dass sie sich mit Spieleentwicklungen für die Switch nach FIFA 18 erstmal zurückhalten wollen und abwarten wollen, wie sich die Switch entwickeln wird. Das heißt, wir haben das typische Thema, dass EA wie bei der Wii U erstmal abwartet und die anderen Unternehmen erstmal machen lässt. Und dennoch bleibt es dabei, dass EA wichtige Marken eben hat, die auch Käufer für die Switch interessieren könnten. Wichtig bleibt, dass dieser Spielenachschub, den Reggie anspricht, wirklich eingehalten wird. Sei es ein neues Pokémon, ein 2D Mario, sei es der Mario Maker 2.0 oder aber auch ein New Super Mario Bros. Teil. Dies sind Marken, die wirklich von den Kunden angenommen werden und zu einer weiteren Verkaufserhöhung führen können. Spannend ist allerdings auch, dass bereits wichtige Marken wie das Zelda Franchise, aber auch Mario Odyssey bereits vorhanden sind und somit natürlich auch erstmal andere Marken bedient werden sollten. Der stetige Spielenachschub wird definitiv ein Thema bleiben. Ein großes Problem der Wii U war ja, dass da ein mangelnder Spielenachschub vorherrschte, dass sie jetzt bei der Switch eben umgehen wollen. Und stetigen Spielenachschub bedeutet eben auch, dass wir keine großen Lücken mehr haben. Mal schauen, ob das wirklich so eintreten wird. Bei der Wii U waren die meisten Dritthersteller abgesprungen, weshalb ein großer Erfolg ausblieb. Und deswegen wird es sehr spannend zu sehen, ob denn beispielsweise EA wiederkommen wird und neue Spiele veröffentlichen wird für die Switch oder ob es das jetzt war und wir eventuell weitere Kandidaten der großen Firmen haben werden, die abspringen werden. Oder ob Nintendo diese auf Dauer binden kann. Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. In der Videobeschreibung findet ihr alle wichtigen Links zu den Statements. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu diesem Format und zu den diskutierten Themen, die da waren. Erstens braucht die Nintendo Switch für den Erfolg Dritthersteller, einen kontinuierlichen Spielenachschub und ist dieses Konzept von der Switch wirklich besser und eindeutiger erklärt worden? Und was sagt ihr dazu, dass EA jetzt bekannt gegeben haben, dass sie sich erstmal zurückhalten wollen, bevor sie neue Spiele für die Switch bringen möchten? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung.